Spürt, wie das Wasser, wie das Fluss des Lebens auf der Erde aufsteigt und in eure Fußsohlen einsteigt, wie eure Waden in eure Oberschenkel und fühlt es, wie es weiter hinauf in euren Unterleib, von euren Unterleib und euren Organen, von euren Organen hinauf bis in euer Herz. Fühlt es, wie es ist, mit dem Fluss des Lebens verbunden zu sein, eins mit dem Wasser der Mutter Erde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Ja, das Wasser, das heilende Wasser der Mutter Erde fließt nun in jeder Zelle eures Körpers. Das Wasser, das euch regeneriert, weil es jetzt so 80% das Wasser hat. Und je klarer das Wasser ist, desto reiner ist euer Körper. Das Wasser, das Wasser, das heilende Wasser, das heilende Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020